so und damit willkommen zu einem neuen video von linux windows und mac hilfe heute möchte ich gerne das betriebssystem cat os vorstellen ein betriebssystem was sich optisch sehr 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 stark an mac os orientiert und wie immer könnt ihr mir in die kommentare eure meinung dazu natürlich schreiben benutzt ihr das selber kanntet ihr schon was ist eure meinung zu der ganzen sache und welche distribution soll ich in zukunft noch vorstellen haut einfach in die kommentare und ich werde mir die sachen dann mal wenn ich die zeit dazu finde anschauen zuallererst mal gehen wir mal kurz auf die homepage zusammen da ein kurzer disclaimer ich habe hier ein adblock installieren müssen weil so viel werbung auf der homepage war das fand ich nicht mehr feierlich und pop-ups und überhaupt das aber noch als kurze disclaimer bitte nicht auf youtube benutzen bei einem lieblings youtuber ich wollte es nur gesagt haben so genau wir haben hier cutfish und so sieht das ganze tatsächlich aus die homepage relativ clean gehalten da werden wir uns hier werden auch noch mal ein paar sachen hervorgehoben im security stable das ist eben oben source die ganze us-applikation die ganze ui desktop dann das global menu und so weiter es gibt ja zwei verschiedene versionen von cut fish os wenn ich hier auch download nämlich klicke da haben wir hier zum einen die cut fish 22.04 jojo beta 1 version also die basiert auf ubuntu 22.04 lts es gibt aber auch eine das ist halt immer noch die beta hier und zwar eine cut fish debian 12 version und ich würde sagen wenn ich jetzt hier mal auf source ford gehen und ich mir mal das ganze immer so ein bisschen näher anschaue weil es ist ja auch für den einen oder anderen sicherlich auch interessant jetzt lädt er jetzt hat sich gerade fest runter das wollte ich eigentlich nicht deswegen schließen das ganze jetzt hier mal zwar wenn ich jetzt hier mal genau wir haben mich in linux system und da haben nämlich hier sehe hier das cut fish os wenn ich hier auf files gehe warum mache ich das weil ich mal gucken möchte iso wie oft wird das denn heruntergeladen und zwar die db an version da sehen mich hier 555 mal in der woche aktuell und dann haben wir noch die ubuntu version wird natürlich häufiger heruntergeladen es ist nicht mehr top aktuell da kommt vielleicht noch was aber wie gesagt das ganze ist ja noch entsprechend wenn ich jetzt hier gucke immer noch beta aber ich habe aktuell die version mit debian 12 bockworm wenn wir uns den change lockt das ganze noch anschauen sehen wir hier was hier noch alles optimiert wurde und was so behoben wurde und so weiter und sofort dann würde ich sagen machen wir das ganze mal zuschauen uns mal so ein bisschen den desktop an zusammen wir haben hier oben natürlich oben im bereich desktop beziehungsweise wir haben hier unten unsere menüleiste die kennen wir ja von mac os auch oder von windows 11 ein schelm der business dabei denkt und da haben wir verschiedene applikationen natürlich in den papierkorb dann natürlich screenshot die man machen können den package installer den kalkulator die einstellungen dann chromium als webbrowser standardmäßig vorinstalliert wir können aber auch natürlich in anderen browser nach installieren das terminal den file manager und eben den starter den starter das ist sowas wie das launch ja wie nennt man das ich glaube launchpad bei mac os wo man wo man hier die ganze anwendungen sieht und da haben wir eben verschiedene sachen wie hier zum beispiel edition quasi hier verschiedene einstellungen die wir vornehmen können zum einen natürlich die software sachen wo wir hier auch entsprechend sagen woher sollen die beziehen wir haben jetzt hier die non free multimedia bockworm wir können aber hier entsprechend noch verschiedene andere sachen anwählen müssen natürlich uns natürlich dafür legitimieren das kann man natürlich machen wenn man das ganze möchte closed das passt für mich soweit wunderbar dann haben wir natürlich wenn ich auf start klicken natürlich ein archiv manager klar selbsterklärende dokumenten viewer da können wir pdf dateien zum beispiel uns einfach anzeigen lassen eine ziemlich interessante sache dann haben wir hier natürlich noch verschiedene andere sachen wir haben hier den file manager da seht ihr hier gibt aktuell ein klitzekleines problem der will irgendwie nicht so also keine ahnung dass es sehe hier der ist dermaßen irgendwie überlichtet ist nicht so schön aber ich werde nachher mal was probieren vielleicht werden wir dann ein bisschen mehr sehen weil der sieht eigentlich gar nicht mal so schlecht aus dann haben wir jeeper hatte natürlich auch mit an bord wenn ich das ganze jetzt hier mal öffne ist natürlich nicht ans thema angepasst was war ich damit zum einen sehen wir hier die oberfläche die ist es nicht so wie soll ich sagen so glossy und wir haben hier die kinder für die menüleiste hier oben und nicht da oben wo wir sie eigentlich wenn ich jetzt zum beispiel in chrome browser aufmacht damit die menüleiste hier oben oder wenn ich jetzt hier zum beispiel auch kurz oben bist du oben open open obl studio aufmacht habe ich die menüleiste auch hier oben und das ist eben genau das was ich hier aktuell nicht habe das ist hier das sieht man halt schon nicht so gut ist nicht so alles bis in der teil durchdacht worden aber das ist wirklich nur in der randerscheinung image viewer können wir uns bilder angucken dann haben wir natürlich hier noch input und so weiter wir haben hier kds system settings wo wir noch ein paar sachen hier entsprechend einstellen können zum einen hier die fensterverwaltung wo wir hier verschiedene sachen anpassen einstellen können und so weiter das können wir machen dann haben wir natürlich hier noch den bereich anzeige und monitor hier können wir übrigens auch by the way die anzeige einstellen ich komme es nämlich gleich noch dazu was mich ziemlich geärgert hat wo man es nämlich nicht konnte und sie können auch bei anderen sachen einstellen aber einfach zu info erscheinungsbild können mich entsprechend auch noch anpassen also oder wir können auch hier ansprechen neue sachen wieder uns runterladen das ist also unsere fantasie ist eine kleine grenze gesetzt und dann haben wir noch haufen haufen andere sachen wie gesagt package installer screenshot dann kommen wir mal zu den settings und zu den eigentlichen finde ich manchmal so ein bisschen problem ich habe ja hier in meinem rechner zum beispiel aktuell kein wlan schau mal ich mache hier zack juhu ich habe wlan ne also das ist eine sache wo ich sagen muss da müssen wir ich noch ein bisschen wie soll ich sagen ein bisschen dahinter dass das irgendwie ne du wirst was ich meine also irgendwie muss da noch ein bisschen was gemacht werden kann jetzt sein ne ich kann hier quasi sogar wpa 3 einst ich habe kein wlan bei mir deswegen das gleiche ist mit bluetooth also eigentlich ja keine ahnung platzhalter sinnlos finde ich irgendwie doof also wenn ich bin weil das das erweckt den anschein natürlich auch klasse das funktioniert natürlich geht es leider nicht proxy evernet kann ich hier zack also es geht wunderbar dann kommen wir zu einem punkt dass ich so ein bisschen gestört hat wenn ich auf die anzeige klicke dann habe ich hier leider nur die möglichkeit die skalierung in 25 prozent schritten der größer anzupassen also die skalierung einzustellen aber ich habe nicht die möglichkeit zu sagen ich will andere auflösung ja das ist ja genau das was ich meine wenn ich jetzt hier auf klicke zum beispiel und dann und dann eben hier auf kde system settings gehe da habe ich nämlich die möglichkeit zu sagen hey ich möchte gerne jetzt meine auflösung anpassen das kann ich hier rüber nicht das finde ich wirklich ein bisschen bisschen blöd weil wenn ich jetzt hier eben auf kde system settings gehe dann ja ist nicht so toll und wir sehen auch übrigens gerade aktuell dass er tatsächlich die einstellung nicht aufruft manchmal backt das thema auch so ein bisschen tatsächlich rum aber das kann auf meiner hardware nur so sein ich tue ich dir doch gleich noch zeigen was für was ich so in meinem rechner habe das muss bei euch nicht zwingend auch so sein geld ganz wichtig wir haben dann das aussehen noch wo wir quasi von dunkler auf hell stellen können bei der way auch hier denn auch hier denn die hinter also das hintergrund bild kommen auch entsprechend anpassen beziehungsweise anpassen ja sehe ich hier das ganze ist einfach nur komplett zähle hier durchsichtig und transparent da müsste man mal vielleicht gucken dass man vielleicht hier dann irgendwie das ganze file manager in den einstellungen irgendwie ist ja irgendwie doof aber gut wir haben natürlich auch noch hier noch in effekt die flaschengeist klappt wunderbar ich sag default das reißt mir eigentlich zwar wunderbar dann gehe ich wieder auf hell und ich möchte nicht dass das hintergrund bild auch dunkler wird schriftarten können wir einstellen dann zum hintergrund zu den hintergrund komme ich jetzt auch hier da habe nämlich verschiedene hintergrund bilder die ich einstellen kann mir gefallen eigentlich alle sehr ich weiß dass da ich die ganze zeit in jedem video gefühlt aber ich bin ein farbenfroher mensch ich finde es eine coole sache und vor allem eine coole sache also eine coole sache wegen den farben deswegen das finde ich eben cool und ich würde sagen wir lassen uns einfach mal farblich das sieht auch ganz schön aus hier Farblich würde ich sagen lassen wir einfach mal das hier das sieht doch super aus ich kann aber auch genauso gut in die in die in die reine farben reingehen da habe ich aber wir bin ich aber wirklich nur auf das beschränkt was mir angezeigt wird ich kann nicht zusätzlich noch sagen über das menü hier wohlgemerkt ich will noch etwas anderes das auch zu info Dann haben wir noch die leiste hier wo ich zum einen die größe anstellen kann vom dem jeweiligen so von der jeweiligen leiste hier unten ich kann die position anpassen und aufgrund der der bilder hier dieser piktogramme sehe ich relativ gute wie ist denn das ich kann aber auch sagen ich möchte das ganze gerne voll hier dann habe ich das eben wie bei windows 11 kann man ja auch irgendwie einstellen dass man sagt man möchte das ganze gerne bitte volli ich sage aber center das reicht für mich und was ich auch noch einstellen kann ist natürlich den anzeigemodus immer anzeigen dass er quasi verschwindet und oder dass er nur kommt wenn er ihn braucht benutzer kann ich auch einstellen dann natürlich notification sound ist natürlich klar headphone dann haben wir hier natürlich noch hier mein mein headset wo ich entsprechend einstellen kann wenn ich das ganze gerne möchte dann natürlich hier noch die die maus die einstellen kann zum einen hier vom speed dann habe ich hier natürlich noch datum und uhrzeit ich möchte natürlich ganz klar 24 stunden format zeitzone ist in meinem fall jetzt zurück passt für mich wunderbar da habe ich hier noch den punkt die von application ich habe ja was installiert den firefox und deswegen kann ich sagen kommen bitte alles was mit webbrowser zu tun hat mit firefox öffnen sprache kann ich auch einstellen in meinem fall deutsch deutschland da war englisch vorangewählt obwohl ich dem system gesagt habe bitte auf deutsch installieren das ist vielleicht noch ein kleiner punkt wie gesagt das ganze ist noch beta das einfach nur zur info power haben wir hier den punkt zwischen energiespann und leistung und wann das system in den schlafmodus geht und so weiter und so fort und eben halt über da haben wir die ganze system infos wie gesagt wir haben jetzt nicht die neuesten linux kernel wir haben hier in 6.1 aber man muss wenn ich nicht unbedingt zwingend immer den neuesten haben außer außer man hat natürlich die neueste hardware aber man muss jetzt nicht finde ich zwingend mit den neuesten haben so lange waren die sicherheitspatches macht es ist glaube ich ganz okay software update haben wir hier unten übrigens da wird uns angezeigt hey wie sieht es aus mit updates da auch ein kritikpunkt ich kann nicht auswählen will ich die updates einzeln haben ich muss sie quasi komplett alle übernehmen keine ahnung warum das mal irgendwie keine angefangen wurde von vielleicht apple ich weiß es nicht ich finde es ein bisschen doof das aber nur dazu und wenn wir zehn file manager aufrufen sehe ich hier ist es schon ein bisschen besser aber man hat sie doch schon sehr sehr stark ja der ist natürlich doch sehr 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 arg aber auch hier optisch würde es sicherlich kein mal so schlecht aussehen aber eben ist halt deswegen gehe ich immer auf die kat kat fischer es seite und schauen uns mal an ob wir hier entsprechend genau dass wir jetzt hier nehme ich tatsächlich der file manager so wie der aussehen nichts groß nichts groß außergewöhnliches kennt man was ich euch jetzt auch noch zeigen wollte ist hier oben wenn wir auf die uhr klicken das ist unser notification center dann hier auf den ausschalt knopf da haben wir hier verschiedene ja sachen wichtig wenn ich auf reboot drücke dann startet er auch sofort neu also da kommt nicht die frage willst du erst noch alles schließen außer die software selber ist so eingestellt dass sie das fragt aber in der regel wird das ding sofort gestartet und wenn ich dann hier noch auf den lautstärke button drücke seht ihr kann ich hier entsprechend zwei lautstärke anpassen ich kann eben wieder an und ausschalten und was ich auch kann ich kann das dunkel des design aktivieren oder eben nicht das geht wunderbar ich sehe auch meine uhrzeit oder eben hier meinen benutzernamen ja dann würde ich sagen war es das von dieser kleinen tour zu katholisch was ich euch noch zeigen wollte genau was habe ich in meinem rechner eigentlich verbaut und zwar machen wir das mit dem befehl neofi ich habe natürlich ein e 7 8700 k nach wie vor ja es ist jetzt nicht der neueste prozessor das ist mir auch klar vor allem weil dieses jahr wieder wahrscheinlich neue prozessoren rauskommen und im nächstes jahr auch wahrscheinlich wieder aber aktuell reicht mir das noch die 10 70 die reicht mir aktuell auch noch die 64 gb ram bis ich die mal voll kriegt das also nur das schaffe ich mit normalen surfen und so gar nicht und ja von daher bin ich mal gespannt auf euer feedback was ihr so zu karte fisch was sagt was eure meinung dazu ist zu karte fisch es haut wenn die kommentare ich bin gespannt ich tue ob es hier mal wieder auf aufleben lassen ich sag danke fürs zuschauen bis zum nächsten mal und tschüss Was wir euch natürlich auch noch zeigen wollte ist wie installiere ich eine software habe ich tatsächlich in der eine ein bisserl unterschätzt wir gehen hier auf launchpad natürlich dann haben wir hier die synaptic paketverwaltung geben hier unser passwort ein natürlich selbstverständlich und können und hier über ein paket installieren oder eben auch hier entsprechend updates installieren das wäre noch die andere variante wo man das ganze noch machen kann und hier können wir zum beispiel jetzt mal search nach kdn live tatsächlich mal schauen ob kdn live drin ist und hat wirklich neu ich klicke hier drauf make install make apply er wird die nummer angezeigt wie viele pakete werden installiert und wie groß und so weiter ich klicke für play und jetzt wird das ganze heruntergeladen da ich eine relativ schnelle internetverbindung habe von aktuellen die 600.000 geht es relativ fix ich werde aber wahrscheinlich wenn alles gut geht dann noch geupgradet auf eine gigabit leitung synchron tatsächlich sogar das heißt der uploader videos geht noch 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 viel schneller so nachdem das ganze erfolgreich installiert wurde klicken wir hier mal auf starter und haben jetzt hier natürlich das ganze kde sammelsurium bei der kde connect natürlich auch hier wieder auch mit installiert hat eigentlich spannend weil ich eigentlich so kde tatsächlich kdn live installieren wollte dass er jetzt das ganze kde sammelsurium mit noch mit mit packt finde ich spannend tadaa und wir sehen hier ist angepasst tatsächlich hier oben wunderbar wie gesagt ist jetzt nicht das allerneueste das sieht man tatsächlich auch das ist echt nicht mehr das allerneueste aber wie gesagt für meine für meine zwecke reicht es vollkommen zum schneiden des ganzen ja dann war es soweit ich sag danke fürs zuschauen bis zum nächsten mal und tschüss bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal